Was ist hier alles besser als in Deutschland? Hier ist alles ganz besser als in Deutschland und dass die Untersuchungen auch mit ganz modernen Geräten gemacht wurden. Das habe ich vorher noch nie gekannt, dass man mit einem Fotoapparat im Mund eine 3D-Aufnahme macht. Das fand ich ganz toll und auch die Röntgenaufnahme war völlig problemlos. Als ich gesehen habe, dass ich mit weniger Geld auskomme, habe ich noch die Möglichkeit angeboten bekommen, den Unterkiefer zu sanieren. In kurzer Zeit wurde ein Kostenvoranschlag erstellt und jetzt kann ich mit einer Reise alles in einem machen lassen. Denta Prime hat mich wirklich positiv überrascht und ich hoffe, dass es auch in der Zukunft lange hält. Das war es justo, dass ich mit einer Reise ausgeübt habe.